Ich kann die Lampe anmachen, also wir müssen anscheinend in die Richtung irgendwie hin. Ich weiß nicht. Warum macht er keine Lampe an? Was ist hier los? Was ist hier? Lampenöl, mittel. Lampenöl, klein. Ja, dann machen wir das doch mal, ne? Also, why not? Okay, aber hier ist nicht da, wo wir hinwollen. Oh nein, wir müssen weiter runter. No, 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 no. Ach doch, au. Können wir jetzt mich verarschen? Mach doch auf. Ich seh nichts. Okay, hier geht's weiter. Wir können die Tür nicht aufmachen. Alter, ist das ein... Nun, mach doch. Mach das doch an. Hä? Okay, uns geht's im Dunkeln natürlich wie immer nicht gut, aber warum kann ich die ja nicht anmachen? Nein, nicht crouchen. Mach ihn doch an. Mach ihn nicht an. Okay, uns geht's gar nicht gut. So gar nicht gut. Oh, lass, 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 was bist du? Lass mich. Was? Finde einen versteckt. Oh, ne? Hier. Da. Dort. I don't know. Ey, uns geht's gar nicht gut. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt hin müssen. Ey, ich hab keine Ahnung. Ich kann die Lampen nicht anmachen. Ich hab hier... Kann ich damit irgendwas machen? Mach doch auf. Achso. Okay. Wir haben... Wir machen auf. Gott. Ich bin... Ich bin... Lost. Ist hier halt nichts? Kann ich hier nicht... Beide... Ah. Okay. Okay, 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 okay. Wir machen jetzt hier überall Licht an. Ist mir scheißegal. Nein. Mach es an. Hier geht's noch weiter runter. Seile? Oh, warte. Wieso? Hä? Kann ich jetzt hier runterspringen? Wäre jetzt die Frage. Oder... Ich geh von raus, wir müssen da oben hin. Das Licht wieder. Es ist irgendwie ein Person. Was macht es? Ja... Lass uns mal gucken. Wo es hier hingeht? Hoffentlich nicht so viel sehe. Was ist das? Ja, geht das? Geht das so? Ah! Bisschen höher? Ja, ne, ja, ne, ja. Wir machen es mal so. Okay. Ach, ich muss... Okay, ich muss es hochziehen, damit ich dann da hinkomme. Okay, 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 okay. Höher kann ich es nicht ziehen. Kann ich einfach hier rüberspringen? Ähm, hallo? Geht das... hallo, ich... ich will nochmal zurück. Und jetzt? Ähm... ähm... Is it right? Wie kann ich denn jetzt... Check mal my belly. Okay, okay. Ähm... Losing control, jajaja. Jajaja. Okay? Ähm... Was passiert hier? Was passiert hier? Oh, baby. Ich dachte, ich bin einfach... Also... ne... Respawn? Ah! 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 Okay, vielleicht ist es aber nicht die... richtige Taktik. Aber wie soll ich das denn machen? Also klar, wenn ich jetzt hier hochgehe. Und jetzt hier runter. Gibt's hier eigentlich ne Lampe? Ja, gibt's. Aber hier an. Und hier. Und hier. Okay. Okay, 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 okay. Nein! Ach, du musst einfach mitdrehen. So, wait. Der geht... Am Ende hier rüber. Okay. Okay. Was machst du? Aha! Und du? LOL! Kann ich den vielleicht ein bisschen? So? So? Okay. Jetzt haben wir hier, äh... Die... die Platform... Positioniert. Damit ich... Hoffentlich... Oh Gott. Hoffentlich, äh... Irgendwie da rüber springen kann. Wir probieren's mal. Okay, es hat geklappt. Kannst du hier... Mach mal Feuer an. Ich will irgendwas sehen können hier. Also... Ist das richtig, wo ich langgehe? Ich sehe nichts. Okay, hier geht's in die andere Richtung. Okay, hier geht's nicht weiter. Das ist natürlich schlecht für mich. Und schlecht für meine Streichhölzerbäume. Mein Liegen. Hä? Okay. Is this the way to go? Oho! Ich hab' kein Schiff. Hä? Bin ich hier in der Sackkasse? Wo... wo bin ich? Okay, hier geht's definitiv nicht weiter. Okay, 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 verstehe. So, hier war ich gewesen. Wir haben nur noch vier Streichhölzer. Das könnte böse enden für mich. Okay, hier geht's. Okay, wait. Wir machen mal ganz schnell hier... So. Jetzt können wir nämlich hier das Lämmchen nehmen. Nein. Falsche Richtung. Hä? Ist das so richtige Richtung gewesen? Okay. Oh! Hier ist niemand. Hier ist auch niemand. Hä? Okay, hier sind... Hm... Wow! Warum... also... Was hat mir das jetzt gebracht? Also... Wo komm ich jetzt von da aus hin? Ich würde ja gerne gucken, dass ich... irgendwie... äh... da hochkomme? Muss ich hier irgendwas runterschmeißen? Ich weiß es nicht. Chat... Also, ich habe ja keinen Chat. Also, am liebsten würde ich ja... Chat... Chat fragen. Aber das ist der Abgrund, wo wir... wo wir das Bild vorhin gesehen haben. Ne? Also, wir haben ja vorhin diese Zeit... Zeit... Zei... Zeichn... 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 Ne, also wir haben ja hier, also ich habe es ja gerade gesehen, ne, wir haben ja hier den Ausgang. Und das Ding hier würde mich interessieren. Wie komme ich da hin? Weil hier komme ich nicht durch, oder? Oder komme ich hier durch? Ne, hier komme ich nicht durch. So, hier vorne haben wir das Licht gehabt. Hier haben wir die nächsten Gitter. Gitter, Pupitter. Und hier... Warte mal, geht es hier weiter? Oh, hier hatte ich... Was bist du denn? Achso, ja, hier hatte ich die eine Box gefunden, dann bin ich hier wieder zurück. Aber hier rechts geht ja auch nochmal lang. Das mit dem Knochen war gerade gar nicht gut. So gar nicht, gar nicht. So, jetzt bin ich hier. Kann ich von hier aus... Nach da rüberhüpfen, geht das? Ja, wir versuchen auch einen Weg hier rauszufinden, aber... Ich wüsste nicht wie, also ich weiß nicht wie. Weil ich muss doch bestimmt... Warte mal. Muss ich jetzt? So, wenn ich jetzt hier bin. Und da bin. Kann ich aber bestimmt hier rüber springen. Kann ich? Auf der Seite, wo ich jetzt das Ganze justiert habe, ne? Sieh' nach dem Baby tritt. Und die Angst. So, kann ich... Kann ich jetzt hier irgendwie... Ne, warte mal. Das war das Tor. So, kann ich jetzt das hier? Nein, kann ich nicht. Okay, wait. Ich konnte das doch vorhin. Ah! Okay, warte. Wait. Ich hab erst jetzt... Hä, du kommst ja nicht hoch? Bist du nicht mit dich? So, jetzt. Immer noch nicht. Wait, wait, wait. Nein, falsche Richtung. Ne, er bleibt immer... Er bleibt immer in dieser Position. Und ich krieg ihn nicht hochgerudelt. Ach, jetzt... Ich... Weil er da unten hängen bleibt. Okay, 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 okay. Warte, es ist, wenn ich jetzt das Ding hier wieder zumache. Ah! Okay, dann kann ich das hochbringen. Okay, verstehe. Und wenn der oben ist, kann ich den anderen öffnen. Und dann bleibt er auf dem Stein da nämlich hängen. Okay, 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 okay. So. Weil dann kann ich jetzt nämlich... Ja... I understand. No... I... I'm not understanding. What is... Is this problem? And I have solved this problem. Because I have a good... Good boy. So, jetzt komme ich hier nämlich nicht mehr raus. Genau. Weil es steht jetzt davor. Das heißt, wir müssen jetzt hier einmal lang an... Dat Lämmsche. Dann müssen wir... Hier rein. Da, wo der Knochen ist. Dann kommen wir nämlich oben raus. Dann können wir nämlich da rauf und können nämlich dann da rüber springen. So... Wird ein Schuh draus. Ja, nun... Ich springe da hier rüber. So, jetzt kann ich nämlich hier... Zack. Okay, damit habe ich nicht geräumt. Okay. So, jetzt bin ich nämlich hier. Und hier hatten wir vorhin dieses geile, flackende Licht. Was einfach nur nach unten gegangen ist. Und wir gucken mal... Wo ist es denn? Alter, diese Mechanism... Wieder drehen. Okay, ist gedreht. Äh... Dann mach ich dich auch an. Und... Gibt es hier noch irgendwie ein Lämmchen, was ich anmachen kann? Also ein Lämmchen. Ich weiß ja nicht, ob das so gut ist. Weiß ich nicht. Also die Geräuschkulisse ist auf jeden Fall... Mega... Wird ich umsonst angemacht? Okay, cool. Wobei, hier ist noch eine Kiste. Kann ich hier irgendwas anmachen? Ja. Sehr gut. Kann ich das hier eigentlich... Nein, ich will es nehmen. No! Ich hätte es gerne genommen. Okay. Hier geht es nicht weiter. Der verfolgt mich jetzt nicht, ne? Dreckiges Scheiß. Lass mich in Ruhe. Lass mich. I'm running away. Ach, shit. Shit, 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 shit. Aber ich komme hier nirgendswohin? Das ist ja alles Sackkasse hier. Oh doch, ich komme hier irgendwo hin. Hier geht es weiter. Meine Fresse, Alter. Da muss jetzt mal einer kommen, dass du hier den reinklettern musst. Der verfolgt mich da jetzt hier nicht durch, oder? Tschüss. Lass mich. Geh doch rein. Also ich glaube, uns geht es nicht mehr so gut, aber... Wir probieren es mal. Haben wir Ewigkeit Luft? Oder ist es eher schlecht? Also die Dunkelheit ist auf jeden Fall nicht gut für uns. Das war das? Shush, no. Gott. Das sieht nicht gut aus für uns. Das ist es. Auf. Geh weg. Und runter damit. Und runter damit. Ja, jetzt sind wir aber ganz unten. Wer sagt denn, dass wir ganz runter wollen? Ich dachte, wir wollen nach ganz oben. Aber okay. Hier ist auf jeden Fall... Licht. Wir gucken mal kurz, wie es unserem Baby geht. Hallo, kleiner Junge. Es ist schön, dich zu kennen. Okay. Also, dem geht's. Okay. Ich wiederhole mich. Warum sind wir hier? Auf einer Expedition, wenn sie weiß, dass sie schwanger ist. So, wie komme ich jetzt hier hoch? Gar nicht. Will er uns helfen? Ah, er zeigt uns einen Eingang, Ausgang. Äh, ich renne hier schon wieder raus. Damit du hier Luft kriegst und so. Hä, warum? Wait. Was passiert? Also, überleben wir das? Erstecken wir jetzt? Ertrinken wir? Alter, äh, äh. Ich bin ververlust. Well done, precious one. Okay. Ja, das halt weh geht. Aber wir sind erstmal wieder raus aus der Höhle. Was natürlich Geiles. Okay, geht's aber nicht so gut. Ja, ja. Oh, no. Haben wir jetzt die Kleine verloren? Ich hoffe nicht. Und wo müssen wir lang? Links, rechts? Ich hoffe nicht, ich habe dich nicht verhört. also ich mache eine steile these diese erscheinung ist nicht großartig sondern will uns eigentlich eher wahrscheinlich helfen es ist nicht gut, Mistria. Nicht überhaupt. Wir können uns helfen, aber er will nicht. Wir haben hier auf jeden fall hier haben wir anscheinend und haben uns aufrationiert und haben Wasser voll gemacht. Da leuchtet's grün. Das würde für mich bedeuten, hier ist irgendwas. Okay, das ist ein bisschen strange. Das ist auch nicht so normal. Oh, hi. Christ almighty. Don't go near it. Tazi. Oh, hi. Oh, hi. I think I think she's trying to help us. Oh my god, oh my god, oh my god. Nygoat, it's a fucking devil he's wanted us. Das ist jetzt deine Behauptung. Ich würde echt sagen, die will uns helfen. Ich will diese Lampe nicht an. Das ist alles so glücklich. Meine Damen und Herren, Dr. Anton Metzier, Leon de Vries, und Malik Tamboura. Mein Mann, Salim, und andere sind in eine cave neben der Krash. Und brauchen Hilfe. Einige haben sterben. Richard Fairchild konnte nicht handle was wir hier sehen. Er rief. Alex Sterling hat ihn nachgebracht. Wir können nicht warten. Wir müssen etwas machen, etwas, was... ...mütter Insanity. Hank Mitchell, unser Leider, und mein Freund, war badly wounded von einem Kreatur in der Fort. Yasmin nennt es ein Ghoul. Ein Flesch-eating-monster von Desert Legends. Sie vielleicht ist es richtig. Hank ist verletzt. Und er wird sterben. Es gibt keine Zeit, um Hilfe zu helfen. Es gibt ein Schrein hier. Er hat ein Schrein hier. Ein Schrein hier. Ein Schrein hier. Das wird so, wie verrückt. Sie kamen. Sie kamen zu uns. Ein Schrein hier. Sie sprach uns. Sie sprach uns. Sie schärf uns, und schärf uns aus dem Desert. Und ich... Ich habe es. Sie hat uns in eine Amulette hidden hier in der Schrein. Ich habe es genommen. Jetzt gibt es ein... ein schmerzende Türkei in der Schrein. Ich schwöre, es war nicht da vorher. Wenn wir durchstehen, Hank könnte überleben. Er ist so schmerz. Oh, Salim. Ich weiß nicht, was anderes zu tun. Das ist verrückt. Aber ich versuche... Ich versuche... Ich versuche... Ich werde dir zurückkehren. Okay. Okay. Wir werden zurückkehren von ihm. Na dann... Ja, das ist es wirklich. Komm, wir schmeißen hier einfach mal die ganzen Sachen weg. Geh weg. Okay. Das Funkgerät. Tarsi? Tarsi? Hallo? Hallo? Yes. Yes, I'm here, Doctor. It's so good to hear your voice. Ah. You're still... Well. Where are you? The Oasis. We were here before. What happened to us? I just read... Something I wrote. There's a spirit. A glowing spirit. I've seen her. I will explain it all, Tarsi. Come to the village. We have lit a beacon in the tower. Look for the smoke. Oh, thank God. Thank you. Thank you. Thank you. You talked about my blackouts. I have these marks on my skin and I keep losing control. You gave me a medicine. What's wrong with me? I... I... I do not know for certain. We need diagnostics implementations. Reference books. Civilization. Remember Tarsi. Control yourself. Avoid fear. Avoid anger at all costs. I have to go. Yasmin, she needs me. Doctor? Doctor! Shit! Also, was mich schon mal als erstes verwundert ist... Wann ist er... Also, er tat jetzt sehr überrascht, dass wir überhaupt noch leben. There's the smoke. Er ist ja auch super nah. Warum ist er so... Und warum hat er das Gespräch einfach... Abgebrochen einfach. Little one. A village. People. A way home. Paris. You love Paris. We'll go walking in the Luxembourg gardens. Okay. I'll show you where Alice used to play. Be okay, little one. Please be okay. Was ist denn das da hinten? When we get to the village... You can... Okay. The doctor. And... Yasmin. She's from Algiers. She's nice. And we'll figure out what's wrong with me. Okay. All will be well. All will be well. All will be well. All will be well. Also, du hast auf jeden Fall noch Hoffnung. Ich hätte diese Hoffnung nicht mehr... Was ist das für ein Gestein hier? Okay...